Cyberport präsentiert die Denver SW160 Smartwatch. Sport macht nicht nur Spaß, sondern bringt auch Geist und Körper auf Vordermann. Für eine bessere Übersicht der Trainingserfolge eignet sich eine Smartwatch wie die Denver SW160. Mit den 5 Sportmodi Laufen, Gehen, Indoor-Übung, Radfahren und Wandern können unterschiedlichste Situationen von der Smartwatch getrackt werden. Dank eines Sensors wird dabei ihre Herzfrequenz erfasst. Genauso lassen sich aber auch Schritte zählen und der Puls sowie der Schlaf überwachen. Dank der IP67 Zertifizierung ist Staub und Wasser kein Problem, wodurch die Uhr selbst unter der Dusche getragen werden kann. Das Display ist im Normalfall ausgeschaltet, um Akku zu sparen. Wenn Sie aktivieren wollen, drehen Sie einfach das Handgelenk in Blickrichtung oder drücken Sie den Knopf am unteren Ende des 1,3 Zoll Displays. Um die Smartwatch zu nutzen, verbinden Sie diese via Bluetooth mit dem Smartphone. Die Denver SW160 ist kompatibel mit iOS 8 und Android 4.4 aufwärts. Um alles einstellen zu können, benötigen Sie die Denver Live App. Damit lassen sich SMS, E-Mails, Kalenderereignisse sowie Social-Media-Aktivitäten auf dem IPS-Display der Uhr anzeigen. Somit sind Sie stets über die wichtigsten Infos im Bilde. Der integrierte 200 mAh Akku besitzt eine Laufzeit von bis zu 10 Tagen. Im Bluetooth-Betrieb hält die Smartwatch je nach Intensität der Nutzung etwa 5 bis 7 Tage durch. Somit können Sie das Gerät auch nachts laufen lassen, um Ihren Schlaf zu überwachen und wichtige Informationen zu sammeln. Stets über die eigenen Erfolge im Bilde sein mit der Denver SW160 Smartwatch. Stets über die eigenen Erfolge im Bilde sein mit dem 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 Bilde sein.